Diese Meldung haben wir gerade hereinbekommen. Der mutige Seestern macht seinen letzten Angriff gegen die kolossale Machtes. Tut mir leid, wir werden versuchen mehr Rücksicht zu nehmen. Ich bin froh, dass du endlich hierher gekommen bist, Seesternmann. Nun, das ist der Schrumpfstrahler. Das Problem ist, er verschwindet immer unter diesen Luken. Das ist mächtig ärgerlich. Wenn du ihn geschnappt hast, dann lad ihn auf und schieß. Ich hoffe, das hilft. Ich muss gehen. Zeit für mein Mittagessen. Heute gibt es Fleischklößchen. Das entspiegeln. Das muss her sein. اسmu trabalho, seine Verd mająt. Er hat den персонажen. Birurodorf. σ Du kannst es schaffen, Fee-Sternmann. Warst du gesehen? Ich habe mich versteckt und war geschützt. Du kannst es schaffen, Fee-Sternmann. Du kannst es schaffen, Fee-Sternmann. Okay, jetzt bin ich besitzt. Fee-Sternmann. Das Schattenfee sterben! Er sieht nicht so rosig aus, wie ich dachte. Du kannst das schaffen, Fee-Stern-Land! Du kannst das schaffen, Fee-Stern-Land! Hab ich gewonnen! Danke für den Versuch, Patrick, alter Freund. Aber anscheinend sind wir im Shangri-La gelandet. Es ist nicht das Shangri-La, mein porendurchsetzter Freund, sondern eine Manifestation deines nächtlichen Unterbewusstseins!